Druck und Hydraulikflüssigkeit sorgen für Bewegung. Schleusen, Hubbrücken, Kräne und Sondermaschinen funktionieren nur aufgrund hydraulischer Kraftübertragung. 2017 gründete unser Preisträger die SK Kallage GmbH und sorgt seitdem für die Funktion ganzer Bauwerke. Von Anfang an kümmerte sich das Unternehmen um verschiedenste Projekte aus den Bereichen der hydraulischen Steuerungstechnik, dem Stahlwasserbau, dem Yachtausbau und dem Sondermaschinenbau. Mit einem breit aufgestellten Team von Spezialisten löst das Unternehmen die Herausforderungen seiner Kunden konstruktiv und sorgt so für Leistung. Auf den Punkt genau. In der eigenen Produktion in Vechta Kalbes Lage entstehen schließlich die fertigen Antriebsaggregate sowie die dazugehörigen Hydraulikzylinder. Sie alle werden hier montiert und getestet, bevor sie vor Ort in Betrieb genommen werden. Meister der Hydraulik- und Existenzgründer des Jahres 2021 ist Stefan Kallage von der SK Hydraulik GmbH. Herzlichen Glückwunsch!